Fasching of Aurora Inselurlaub Erst mit dem Heli abgeschoss und all Hoffnung fahre geloss, wanderte ich durch Berg und Tal und was jetzt kommt, das ist ein Skandal. Habe ich noch lange Suche endlich mal ein Mensch gefunden, freut der mich echt, was ich da mache tun. Ich dachte noch, mich laust der Affe, auf einmal zieht der auf mich mit einer Waffe. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht, als mir das Blei um die Ohre flieht. Der Anna als noch auf mich schießt, das Blut aus meinem Bein rausfließt, er schießt und schießt und schreit und schreit, dass ich jo komm sowieso nicht weit. Aber weil ich als der viel krasser bin, schieß ich dem in der Kopf in den. Ruhe es, denk ich mir hier und genehm ich mir ein kühles Bier. Drum denke immer an meine Worte, wenn ihr an einem fremde Orte, wie hier auf dem Atoll Aurora, sahen der andere besser nicht Aloha. Ziehen die Waffe und Trigger ab, sonst macht der Nomad sehr schnell schlapp. Alle hopp, alle aff und hellau!